Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Nicht erschrecken, den Content, den ihr gerade sehen werdet, der ist noch aus der Team of the Year Zeit. Hab's gerade fertig geschnitten, war mega, mega unterhaltsam. Und am Ende seht ihr dann auch noch mein bestes Pack in FIFA 20. Endlich, Packlack hat mich belohnt. Oder Packlack, Gott. Team of the Year ist ja jetzt schon eine Zeit lang her und es kommt erst heute. Ja, warum spreche ich das jetzt so explizit an? Wartet einfach auf das Video, das am Sonntag in der Früh online kommt. Muss ein bisschen mit euch sprechen, aktuelle Lage oder aktuell oder Jahr von 2019 und so weiter. Also ich will jetzt nicht viel davon erwähnen. Wie gesagt, Sonntag 8.30 Uhr wird das Video online kommen. Würde mich sehr, sehr freuen, hinterlässt ihr hier auf diesem Video gerne ein Däumchen nach oben. Dann macht ihr mir echt eine Freude damit. Für den Algorithmus noch ein paar Kommentare. Danke euch einfach Leute und jetzt viel Spaß mit dem Best of. Wie gesagt, war mega, mega cool. Tschüssi. Jetzt kommt zuallererst mal die Weekend League Rewards. Wie gesagt, bitte nicht vergessen, den Daumen nach oben auf den Livestream geben. Danke euch dafür. Wo bist du? Ich bin gerade in der Red Bull Arena. Wann ziehst du die Packs? Jetzt ziehe ich die Packs. Ja, das finde ich nicht gut. Kommt, wir öffnen das. Die Rewards, da wird nichts Gutes drinnen sein, oder? Corona. Corona, Maxi. Wo ist Maxi? Corona ist immer gut, oder Bruder? Nichts, oder? Ja, nehmen wir. Nehmen wir ihn. Warte, 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 warte. Zack. Der Ehrenbruder zieht hoffentlich, hoffentlich zieht er Dingsbums. Bitte Varan, Bruder. Bitte Varan. Bitte, bitte Varan. Nein. Leute, ihr dürft aussuchen. Ihr dürft aussuchen. So bitter. Das kannst du mir nicht antun, Bruder. Muss ich echt eine Robbe machen in der RB Arena? Muss ich jetzt vor acht Leuten hier im Raum die Robbe machen? Chad, was sagt ihr? Ich nehme ihn. Ja, genau, sie ist jetzt zwei, weil zu hübsch. Okay, ich mache die Robbe. Warte, ich habe die Robbe schon lange nicht mehr gemacht. Was sagt ihr zur Robbe, Leute? War gut? War gut? Puh. Zehn. Kuss auf deinen Nacken, Brudi. Komm her. Komm her. Timo. Richtiger Ehrenbruder. Richtiger Ehrenbruder. Ah, man hat es gerade nicht im Camp gesehen. Nur so auf leicht, weil Döschen ist aussehen. Stößchen. Jetzt schon interne Spende. Ja, geil. Wir beginnen heute auf ganz easy mit 3 für Van Dijk Totti. 3, 2, 1. Come on, bitte. Mein erstes Upgrade. Ich dachte, Totti, Van Dijk kommt raus, ne? Tut mir einen Gefallen. Jetzt hör auf zu lügen. Komm. Bruder, Nacho. Für Ronaldo. 7 für Ronaldo. Wenn jetzt Ronaldo drinnen ist, okay? Ich muss irgendetwas machen. Du darfst aussuchen, was ich mache. Scheißegal. Wenn ein Totti drinnen ist, dann darfst du entscheiden, was ich mache, okay? Leute, das ist Maxi, Vertragsspieler beim FC Repulsarschburg. Das ist Verzögerung. Come on, come on. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Aber blau, Argentinien. Ich bin knapp traurig. Oh mein Gott. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, warte. Wenn da jetzt einer drin ist. Hey, ich habe so Panik, Mann. Ja, go, Aspas. Wenn da einer drin ist, ich würde so ausrasten. Spanischer, ja. Aspas. Ist aber gut, 85er, Leute. Ja, stimmt. Ist mega gut, Bruder. Dankeschön. Auf dich ist verlassen, ne? Ja, ja. Please, please, please. 87er aber. Ja, Bruder, das ist aber jetzt auch eine 87er drin. David, David, wenn da ein Totti drinnen ist, okay? Dann müssen wir uns was einfallen lassen, ja? Dann müssen wir irgendwas mit Blacky machen. Dann kriegt er eine Bestrafung. Nackenblatt. Geht schon, Bruder. Ich muss mehr daherkommen. Okay. Let's go. Ich gönne dir alles. Bist du bereit? Ja, Bruder. Ich gönne dir alles. Gönne dir von ganzem Herzen. Oh mein Gott, das ist wirklich immer. Nation hätte gepasst. Mann. Und die weiteren 2 Euro, darf ich noch schnell kommen? Ähm, ich weiß nicht, ob das deine Mom, wenn deine Mutter das erlaubt, dann komm gerne vorbei, ne? Komm gerne vorbei. Eine Ansage. Ich bekomme gerade Ansage. Let's go. Was hast du? Wenn in Anspruch deine Päckstads Totti drinnen ist, gibt es 20 Euro Dono auf meinen Nacken. Wenn wir, Leute, okay. Wenn ich, wir haben eine Challenge. Wenn wir heute einen Totti ziehen, bekomme ich 20 Euro Donatione in der Real Life. 20 Euro Donatione. Wenn ich keinen Totti ziehe, welche Bestrafung soll ich machen, Schatz? 20 Liegestütze? Ist das ein Deal? Machst du das mit mir mit? Okay. Deal. 4, weil 4 steht für Lifestyle. Hatten wir auch tatsächlich noch gar nicht. Und 4 steht immer für Lifestyle. Keine Ahnung warum. Abfahrts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist geil. Aber Leute, wenn der blau gewesen wäre, ne? Ich meine, schon geil. Nehmen wir ein Rating? Nehmen wir ein Rating, ne? Richtig stabil. Aber ich will das Blaue jetzt sehen. Es wurde ein Naranguiz, Bruder. Der Ehrenbruder Serchan öffnet jetzt unser Becken. Das 8. Du willst das? Okay. Neben Blau kommt Blau war die Rechnung von Maxi. Serchan lag drin stehen. Oh, jetzt hast du alle weggegeben, oder? Oh, scheiße. Alle weg. Hast du Angst? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Mann! Ey, ich wollte... Ich will unbedingt einen Toti haben, Leute. Seite auf Toti. Scheiße, der war schlecht. Oh, meine erste Info an. Also man kann Special Karten ziehen, Leute. Schaut mal den an, Leute. Ich zeige ihn euch mal. Was ist mit ihm? Ey, was... Er glaubt auch so. Er kann überall schlafen, ne? Richtiger Honky Tonk Man. Honky Tonk Man in the Morning. Warte, welches Lied ist das? Warte, wie geht das? Na, warte. Eie! Leute, wer von euch kennt das Lied? Machine Drops on in the morning. Zum Glück stream ich gerade nicht auf Twitch, weil das könnte man klippen. Bruder, ich dachte, da ist eine blaue Karte drin. Oh mein Gott, Toti! Letzter Pack, weil es das Beste ist. Okay, aber mit Nase. Hallo. Toti-Fanwall? Hä? 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 Jetzt hast du nur Rafa gezogen. Okay, jetzt habe ich gezogen. Oh mein Gott! Nur Toti! Bruder, nur Toti! Nur Toti! Nur Toti! Oh Gott! Schau! Schau her! Nur Toti! Was? Bruder, siehst du die Sancti noch? Oh, Martin, Mann. Bruder, du bist Sancti, ja? Schau her! Bruder, ich habe mal einen einfach gezogen. Es gibt, es gibt nur einen. Na, okay. Nimmst du ihn, oder was? Ja. Okay, warte, weißt du, was ich dir jetzt sage? Schau, pass auf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe ihn diskartet! Das geht doch nicht! Er ist nicht reingefallen. Ich war so schlecht. Stimmt, Titel ist gesichert. Patu diskartet Toti! Hahaha! Heute richtig lustig, ne? Ich weiß nicht, ob ihr meine Instagram-Stories gesehen habt. Falls ihr mich nicht auf Instagram habt, Patu Fifa heiße ich dort. Ich habe in meiner Instagram-Story gepostet, wer will einen Rap-Bull haben, ne? Und es sind beinhart zwei Leute hergekommen, aber Grüße gehen raus. Hab mich gefreut. Ich war richtig, richtig klasse überrascht. Trotz allem waren das zwei richtig, richtig korrekte Jungs. Könnt ihr auch abchecken, in meiner Instagram-Story sind die Jungs drinnen. Trotz allem, dass ich sehr überrascht war. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Wissen, welcher Clip. Auch FK Hansa-Fan, Dankeschön für dein Abo. Dankeschön, Bruder. Erstes Peck. Halt's Maul! Halt's Maul, Leute! Ich muss euch jetzt was zeigen. Das erste Peck? Gar nichts! Oh mein Gott! Achso, ich dachte... Der war doch so teuer, Leute, ne? Beim Release. Ja. Kantei im Pack. Walkouts. Sané, Mané, Koulibaly. Mann, erster Walkout. Jetzt mal im Pack. Machen wir einen Pack-Battle? Machen wir einen? Aber mit... Okay, Pack-Battle, ne? Leute, Pack-Battle. Der mit dem niedrigeren Rating kassiert. Bam! Ja, machen. Machen wir einen? Okay. Okay, wir machen mal Deal. Ja? Okay. Let's go. Ich fang an? Schere Scheibenpapier, wer als erstes anfängt. Schere Scheibenpapier. Du fängst an. Wenn er jetzt gewinnt! Ich schwör, wenn er jetzt gewinnt. Nein! Nein! Oder? Oh mein Gott! 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 Scheiße! Das Foto dann auch noch weisst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hättest mich... Ich bin immer knapp dran, immer blau. Du hättest mich tot schlagen können. Ich muss doch da bleiben. Du hättest mich tot schlagen können. Du hättest mich tot schlagen können? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab gleich auf die Wand geschaut. Auf die Wand, ob dieser... dieser... Gold... Leute, wie krass wäre das jetzt gewesen? Team auf die Hieronaldo! Alter! Hättest du nicht gegönnt? Er hätte abgeschossen, ne? Ja, nur. Okay, komm. Ich muss 84 oder höher jetzt haben. 84 ist zu wenig. Ich hab wohl auch noch. Ich muss 84 oder höher. Du hast gewonnen. Warum hab ich dich beginnen lassen? Ah! Einfach so. Warte. So? Ja. Mach mit auf einmal. Ja, ja. Wir machen nochmal. Passt. Tut das weh? Ich hab keinen Plan. Leute! Ich muss ihnen das zurückzahlen. Schau, schau auf hier. Wer beginnt? Du. Ich beginnt? Du bist schon ein Erbenbruder. Okay, ich nehm das in der Mitte. Aber du machst leicht. Ja, ja. Natürlich mach ich leicht. Komm, du kennst nichts. Nein! Bruder. Scheiße. Aber 83. 83 ist gut, Leute. 83 ist sehr, sehr geil. Okay, er kommt auch nicht. Oh nein, er kommt. Ist er gekommen? Ja! Okay, das ist jetzt. Jetzt kriegt er Strafe, Leute. Jetzt kriegt er Strafe. Wieso? Ja. Ja. Warte. So, Bruder. Bist du bereit? Sehr gern, Mann. Bist du bereit? Du hast auch geclasht. Geht rein, oder? Machen wir eine Entscheidung? Noch eins? Okay, Bruder. Leute, wer wird das Pack Battle jetzt gewinnen? Pato oder Maxi? Wer glaubt ihr gewinnt das Pack Battle? Ab in den Chat, Leute. Und vergisst nicht den Daumen nach oben zu geben. Dankeschön auf jeden Fall für den Support. Pato, 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 Pato. Das sind eure Brüder. Nei. Maxi, okay. Er ist schon mal nicht mein Freund. Aber alle Pato, 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 Pato. Die sind meine Brüder. John Cole, okay. Fällt dir aus der Liste. Maxi, Maxi, Maxi. Dennis ist nicht mein Freund. Alle sind nicht meine Freunde. Großkreuz. Aber überall. Großkreuz. Okay. Du hast am Anfang immer gewonnen, oder? Du beginnst. Komm. Komm. Ich würde dir trotzdem. Wenn du dir jetzt einen ziehst. Das sieht man ja, wenn es nicht schwarz ist. Ja, wo? Wenn es nicht schwarz ist. Echt? Ich schau immer auf diesen Leser da unten. Wenn du langst, wo du schnell wirst, dann erkennst du es schon. Aber Bruder, warum ziehst du das so? 81er? 82er. 82er. Ey, wenn wir verlieren, dann nochmal. Ach so? Okay, let's go. Let's go. Komm. Komm. Er kommt, oder? Er geht durch. Nein, oder? Bitte, bitte, bitte. Okay, gleich. Okay, Gleichstand. Gleichstand. Okay, dann machen wir. Wenn Gleichstand. Ich habe noch zwei... 5K-Packs. Genau. Machen wir 5K-Packs. Oh, 80 ist gut, Leute. 80 ist gut. In einem 5K-Pack. Ja. Das ist ja schon mal ein paar. Ach so. Schi-Chi in den Chat, Leute. Natürlich gewinnt Pato. Schi-Chi in den Chats. Schi-Chi in den Chats. Schi-Chi-Chi. Schi-Chi in den Chats. Schi-Chi in den Chats. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Das gefällt dir, gell? Das gefällt dir. So, okay. Aber der war nicht so wie der Erste, oder? War der Erste schlimmer, gell? Bist du noch eine Runde? Ja. Leute, noch eine Runde. Noch eine Runde. Nicht abstoßen. Bruder, ich brauche die für die Upgrades. Das war nicht non-rare. Brauche ich rare, oder was? Ja. Oh, der hat mehr brennt, irgendwie. Der hat schon brennt, oder was? Ja. Okay, wir haben immer noch seltene Mega-Packs. Schere, Schere, Papier. Scheiße. Ich fang an. Du fangst an? Du bist ja nicht witzig, gell? Denkst immer an dich. Maxu ist trotzdem besser. Komm jetzt, Maxi. Das ist das für ein Ding. Das ist scheiße, ha? Uh. Geht aber fitz. 82? Geht fitz. Leute, ich muss jetzt einen Tod... Oh, du hast zweimal... Zwei Totes gezogen. Bitte, 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 bitte. Komm! Bitte. Komm! Ja! Nein! Bitte, ich kann diese Flagge nicht mehr sehen, Alter. Vorher war Pizzi Walkout, oder? Nein, vorher war er blau bei mir. War Pizzi... Warte, welchen Portugiesen haben wir gezogen vorher? Blau und Pizzi. Aber der war... Ja, weil er blau war. Deswegen? Nur weil er blau ist, dieser Walkout. Ich hab gewonnen. Leute, ich hab schon wieder gewonnen. Ich hab schon wieder gewonnen. Ja, Maxi, du tust mir auch leid. Fick! Nee, nicht. Du musst aufpassen, dein Algorithmus, mein CPM. Und schau mal, ich hab auch zwei. Und Keta, den Bruder von Martip. Der hat sicher wehgetan, ne? Aua, das hat mir sogar wehgetan. Wer will noch einen Pack-Battle? Oh, man! Pack-Battle? Nein, du hast mir zu viel Kraft. Das seh ich jetzt schon. Wieso? Wenn der einmal durchzahlt meine Hand, ist der irgendwo auf Boden. Blecky, du das? Komm, Blecky. Heide. Mach mir noch mal. Noch eins, oder was? Bist du motiviert? Wie viel steht's jetzt? 4-1 für Pato, oder? Haha! Warte, 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 warte. Wieso, die sind ja doppelt. Die waren aber tradable. Für die ist nur Schere. Ah, nur Stein. Das Problem ist, die wollen gar nicht. Ich wusste es. Ich wusste es so sehr. Warte. Warte, wer soll beginnen? Chat darf entscheiden. Wer soll beginnen? Pato oder Maxi? Wenn du gewinnst, 5 Euro. Okay, den tilge ich einen. Da gewinn ich jetzt. Bitte. Es geht um Cash. Cash-Money, Bruder. Komm, okay? Scheiße. Shit. Nein. Okay, okay. Mach du ruhig dann. Nein, du musst. Ja, weil... Ich mein, im Veränder. Achso, okay, okay. Komm, bitte. Ich bin ein bisschen offen und so. Nja. Bitte, bitte. Komm. Nein. Wokos sogar. Jesus. Nimmer. Alisson. Also Alisson. Ey. Ich hab verloren, Leute. Nein. Ich krieg keine 5 Euro. Jetzt hab ich verloren. Ich sag gar nicht an der Tearricht. Leute, jetzt hab ich Angst. Oh! 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 Hey, Mann! Da muss ich dich abschmecken. Der war so schlecht. Ah! Du musst... Leute, das hat so wehgetan. Maxi, du Legende, wird reingeschrieben. Alter. Okay, warte mal. Brauchst du dich noch Hunger? Warte mal, okay. Er ist gerade gleich. Er ist gerade gleich, ihm ist alles egal. Ja, Leute, das war jemand für mich unterhaltsames Pack-Opening, beziehungsweise auch Pack-Battle aus unserer FC Repulsalsburg-E-Sports-Area. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Bezähler Maxi hat mir mega, mega Spaß gemacht. Hoffe, euch hat das Zusehen auch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen. Danke euch einfach für eure Unterstützung. Und jetzt zeige ich euch meinen Team of the Year, wie es im Titel steht. Oder auch anders gesagt, mein bester Spieler vom Wert her, den ich in FIFA 20 gezogen habe. Viel Spaß, ciao. Was geht's? Wieder Arthur, oder was? Van Dijk. Oh mein Gott! Endlich mal Pack-Lock, Leute! Endlich mal Pack-Lock! Ich habe schon so lange kein Pack-Lock mehr gehabt. Endlich mal Pack-Lock! Team of the Year! Köh, 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 UZ! Endlich mal Pack-Lock! Endlich mal Pack-Lock! Ich habe schon so lange keine geile Karte mehr gezogen. Wie viel kostet der? Wie viel kostet der? Endlich, Leute! Ich kann es euch nicht sagen, ich bin so erleichtert. Ich habe schon so lange keine gute Karte mehr gezogen. Endlich! Endlich, Leute! Oh mein Gott! Ich lese beide Chats. Oh mein Gott, endlich! Ey, ich bin so erleichtert. Ich kann euch das gar nicht in Worte fassen. Wie viel kostet der? Endlich! Oh mein Gott, 500k! Endlich mal wieder ein geiler Spieler! Endlich! 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 Endlich!